Black Ops 2 Okay, was habe ich hier? Alter, 19 Posts Kann ich mitspielen? Na klar kannst du mitspielen Möchte in eine Party, möchte in ihre Freundesliste Komm Äh, ja, ja, ja Ne, 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 ich mache eine eigene Party Dann lade ich den ein So, dann Party machen, wo geht das jetzt? Hier nochmal Ähm Gerade mal gucken So Party, genau, hier geht das So, wen lade ich denn mal ein? Eine Party starten Party zum, was? Party zum Spiel ein Achso, geht ja natürlich nicht So Äh, ne, 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 ne Ohje, ich glaube ich muss hier noch ein paar Leute Einnehmen Äh Zur Party einladen Zur Party einladen Dann, äh Zur Party einladen Zur Party einladen Party einladen Party einladen Auch wenn ihr jetzt hier gerade Magic spielt Dann den noch einladen Den noch einladen Den noch einladen Ei, 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 ei Okay, okay Ich glaube das dürfte Soweit alles gewesen sein Yeah Desktops Grüß dich Unglaublich Unglaublich Das geht ja Ach, nicht so viel Und selbst Ja Gerade mal gucken, wo das hier Ah ja, genau Spielhautstärke Dann, äh Machen wir das eher Das kommt besser Ja, das kommt besser Gut Wer ist denn jetzt Wie ist denn jetzt alles da? So, gucken wir gerade mal Wer alles in der Party ist Fünf Stück schon So Einmal Desktops Lukas View Eye Legends Und Blitzgelenk Auch Blitzgelenk ist auch da Unglaublich Ja, bei mir ist etwas laut Ich hab hier Besuch Was? Besuch? Unglaublich Warum machst du denn sowas? Ja, mein kleiner Kusin Kusine und so, ne Hm Und die sind laut Ah ja, klar Warum nicht? So Blitzgelenk ist auch da Hört nix Kann ich die irgendwie einladen? Ne Kann ich nicht So Vier Stück sind Drin In der Xbox Party Sind noch ein paar Leute mehr Komisch Achso Zu dir rein Warte, ich komm gleich Ja, ja Kein Stress Kein Stress Ich hab euch ja extra alle in die Party genommen Dass ihr mir dann joinen könnt Äh, bei Black Ops So So Mein Headset hat Ah ja Birnlafer hat gerade geschrieben Mein Headset hat ein Kumpel von mir Okay Ist kein Problem Ja Ist kein Problem So Blitzgelenk Hat auch gerade irgendwas gemacht Boah Servus Aber kein Headset So Jetzt warte ich eigentlich noch auf Yeti Tobi Aber ich glaube der kommt heute nicht Der Ich glaube der ist jetzt gerade selbst irgendwie am spielen Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht Ich glaube Magic oder sowas spielt der So Ich 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 Ja Ja Kein Stress Aber ich bin mit dem Kumpel Also mein Kumpel ist hier Ach kein Problem Jeder kann reinkommen Jeder kann reinkommen Ich hab jetzt glaube ich noch Jetzt muss ich zählen Jetzt guck mal Meine Level an Guck mein Level an Prestige 2 Level 32 Mit einem schönen Emblem Cool F 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 Tobi du hast mich gerade in meine Aufnahmestechen gestört weißt du das Ich Quatsch Auf jeden sowas würde ich doch niemals machen zumindest nicht freiwillig oder vielleicht doch was ist getan es tut mir leid wirklich doch ich habe dann auch gesehen dass du neues let's play projekt gestartet dass ich bin dann direkt auf sein profil aber ich habe nichts gefunden aber ja das ist weil das war geplant sozusagen das habe ich gestern schon fertig gemacht das ist jetzt vor sieben minuten ist das online gestellt worden sozusagen ok dann macht das sinn dann macht das sinn da habe ich das nicht gesehen hat ja natürlich natürlich dann setze ich dir auch noch mal meinen dicken daumen drunter und irgendwas anderes gucken wir mal so jungs und mädels wie schaut es aus ich habe zeit bis viertel vor vier oder oder 20 vor vier weil er muss sich ein kumpel nämlich zu seinem auto fahren der hat gestern gesoffen deswegen würde ich nämlich jetzt sagen starten wir los die sache ist jetzt ich habe nur kein karten pack ja immer noch nicht ich kann kein hat w tf warum kann ich denn ich kann keinen einzigen modus starten außer bodenkrieg das geht ja bloß zu sechsten team ah unglaublich da würde ich sagen machen wir bodenkrieg ach komm als drauf das würde das ok jetzt verstehe ich das vielleicht muss ich auch einfach mal selbst ein server aufmachen das wäre vielleicht das einfachste herrschaft team deadmatch naja du hast ja schon mal battlefield 3 angefangen da könnte man ja das so was machen richtig nach kacke so naja battlefield battlefield ist jetzt noch ein bisschen in planung ich muss noch gucken wie ich das let's play projekt da starte das ist alles ein bisschen ich hab mal anderes anliegen das möchte ich aber wenn möglich mal mit ihr unter vier augen besprechen oder vier ohren ja können wir machen oder vier ohren oder fünf ohren ich weiß ja nicht ob du drei hast nein ich hab sogar vier unglaublich hier dann sogar unter sechs ohren ah sechs hahaha ich schmeiß mich fort so was ist das jetzt hier bodenkrieg ist ja dieser mega modus ne mit den mit den milliarden menschen ok wir sind alle in einem team ja wir sind alle in einem team gut ich habe jetzt schon glaube ich oha schönes teil ich muss mich hier erst an das spiel nochmal gewöhnen ich habe das jetzt seit der letzten aufnahme nicht mehr gespielt abgeschossen ähm sprengladung pisse ah scheiße scheiße fang das ist ein abschub ah pisse da hat er uns ha ha oh ok ok verwirrend hier oh ah es ist Der liegt auf dem Boden in der Disco Ah, die Drecksau Haben wir gleich Oder auch nicht Scheiße, verdammt Ah, diese Fotze da unten Der liegt wirklich auf dem Boden Sehr gut Ach, du Scheiße Der wird immer schwer, weil du weißt nicht, wo sie sporen, Alter Ich hol gleich meine AM-95 raus, Alter Ja, das war's Alter, das kann doch nicht wahr sein, Mann Weckes Sniperd Das war mal noch Ach, Kacke So, wo sind die jetzt hier? Oh, schön Alter, Vater, das wird ja heute gar nichts hier Der kommt immer viele Ich spiel nie bunzig Ich bin sechs Herrschaften Ah Am Schießen um der Ecke der Lappen Wir verlieren, Leute Ja, bunzig kann ich noch nicht spielen Ich hab noch nie Brüge Ich hab noch nie Brüge gespielt Verfickte Scheiße Verdammt nochmal Mahlzeit Jetzt hab ich zweimal mit der Shotgun daneben geschossen Das gibt's doch gar nicht Shit Es ist ja hier wieder Doppel-XP-Wochenende anscheinend Ah Kostanitzschlag So Kein Gegner da Ah, von hinten Oh Gott Feindliche Drohne nähen Oh Gott Oh Gott Das ist ja heute richtig mies Koordinaten für Blitzschlag empfangen Steht bevor Die Pussy Die sind ja ganz schön am Campen auf dem Server heute Die haben gewonnen Die haben gewonnen Feindliche Hunter-Killer Drohne Ja, ich war der letzte Kill Der lag mir Gibt es 100 Fuck Gibt es 100 und ich sterbe vor Orbital Da sagst du mir, ich war so voller Ohne Hoffnung auf mein Orbital Das Ding wird gestorben Oh nein Wir verlieren diesen Kampf Ja, gibt es nass Was ich mir früher sagen soll Fuck Dammt der Scheiße Diese Shotgun ist wie die Füße Also in diesem Modus werde ich heute nicht alt Oh Scheiße Weg hier, weg hier, weg hier Hilfe Willst du dein Volk? Dann beweg dich Ey, die kommen da zu zweit Alter, ich falle jetzt wieder auf deine Füße Pisser Ah, wie viele Punkte braun Frauen hier 100 oder was? Ah Mist Was war das denn? Die waren aber gar nicht schlecht, die Gegner Ehrlich nicht Ah, fies Ganz fies Also mit Sniper Und ein A-Kopf drauf Das ist schon ein bisschen jämmerlich Ja, irgendwie schon Oh, dreifach Killer hier Justiz schafft Ein langer Lauf Ach, wie schön So So Oh, nehmt mal Abschluss bestätigt Und nochmal Team Deathmatch Ah, Team Deathmatch wäre ganz gut Ich nehm mal Ich hab zu Fall genommen Herrschaft ist besser Was haben wir denn jetzt hier Das macht, äh Fänger Rückstoß Könnte er drinnen jetzt endlich Äh Ja, das lassen wir so C4 lassen wir auch Ha Wir könnten mal hier eine andere Waffe nehmen Oh yeah Oh, was ist jetzt passiert? Alle weg Huch, was war denn jetzt? Dann halt nochmal Sonst geht hier gar nix Okay, Herrschaft Ha Ja, doch Du bist Nicht alle drin Ach, scheiß Ah, jetzt Jetzt kann ich mehr machen Okay Ne, jetzt Ach, scheiß drauf Wir müssen noch nicht mal Wir müssen ja noch ein paar rein So Oh, nein Oh, nein Nicht Turbine Egal, egal Das ist ein E4 Aber ich bin gegen Tobi Was? Wir spielen gegen Tobi und Blitzgelenk Oha Warum sind die denn draußen? Ja, irgendeiner Verträgt hier die Party nicht Hier sind wie immer Party Schwierigkeiten Der raus, der rein und oah Oh, da ist ja was los So Dann Na ja Sie haben geile Emblem, Herr Ich bin bei euch Ah, wunderbar Sehr schön Der hat ein geiles Sohn Kuckuck Oder sieht eher aus wie Sohn Bohren-Emblem So, guck Ach, Kacke Ich wollte gerade gucken Hat leider nicht geklappt Ja, da hat sie dir jetzt was eben gehen lassen Ja, es ist teuflisch Ich müsste jetzt gerade das Spiel anhalten Und nochmal alles angucken Mist So, ich habe jetzt meine Gamecatcher erstmal ausgemacht Weil auch wenn ich nicht Aufnahme-Button gedrückt habe Nimm das Dreck Ding ja auf Ja Ja Ja, ich hatte Probleme mit den neuesten Versionen Deswegen habe ich jetzt die Werks-Version immer noch drauf Ah, wieso hast du ja Probleme? Verstehe ich nicht Ei, der hat schneller aufgenommen als das verarbeitet hat Mein Computer Und dann sind die ganzen Aufnahmen kaputt gegangen Bei Far Cry hat das angefangen Und dann habe ich die Version wieder Wieder runtergeschmissen Und dann hat es geklappt wieder Also ganz, ganz eigenartig Ja, ich habe es heute gesehen Da gab es jetzt wieder ein Update Ich lasse das aber Ich glaube, mein Rechner ist dafür zu schwach Der macht das nicht so ganz mit Ich kann ja auch nicht rendern und aufnehmen gleichzeitig Das heißt, ich muss immer eins von beiden machen Boah, gib dir mir einen Headshot, ey Da hat er keinen Tisch, Kai-Trainat So, das ist doch möglich Ah, shit Ach, einen habe ich mal mitgenommen Was haben wir denn jetzt hier alles Feines? Ich habe, glaube ich, meinen Controller viel zu schnell eingestellt Oder ich bin es auch von Bioshock gewohnt Dass das so langsam läuft Kann ich dir gleich sagen Ich muss erst nochmal sterben Das wird ja nicht so lange dauern Pisse Ha, Drecksack Oh, schön Hey, er gammelt ja immer noch dort an der Ecke Das ist schon hier im Eis Ne, warte Mach auf, jetzt hole ich dich weg, ey Du Lappen, ey Ach Scheiße, beide gerade entkommen lassen Alle drei Nein Mist, jetzt hat er mich Wow Ja, das ist gut, dass du was sagst Ich vercheck das nämlich immer Ja, ich habe gar nicht so viel zu groß hier Okay, drei Leute, dann kommt auch jeder So Ah, Mist Kann doch nicht so schwer sein hier Ja, der hätte nicht so gut Ja, okay, da ist Hier kämpft irgendwo einer Das kannst du davon ausgehen Ja, ja Ich habe mich auch schon ein paar Mal erwischt Der scheiß Kämpfer Ich habe schon ein Heli aufkämpft hier Da Scheiße Mist Ist da ein Heli offen? Ne Doch Ein Heli Ja, wunderbar Der ist weg Hey, weißt du Das sind hier voll die Camper Die sitzen, wenn du mal guckst Von wo du abgeschossen bist Die stehen nur in den Ecken und warten Ja, das stimmt schon Die sind wieder extrem heute Gut, dann probieren wir das mal Vielleicht klappt das ja mit der Sniper besser Achtung, feindliche Drohne nähert sich So BTF? Au, wie fies Das ist ja link gewesen 1 zu 15, Alter Das ist ja Profi-Camp Ah Dreck So, den hole ich mir jetzt Den Drecksack Was habe ich denn hier? Oh Ja, hätte ich das vorher gewusst Da ich die Waffe habe Hätte ich die vorher auch genommen Die ganze Zeit Mist Scheiße Oh Gott Also so wird das nix Das wird heute irgendwie nix B wird gesichert Ah, da hängen sie so drinnen Die Lappen Da hängen zwei Stück Wo die Sentigun ist In den Zimmer drinnen Ehrlich? Ja, ja Fuck Ach, da steht er wieder da Ich könnte schon wieder kotzen So, ich hätte die Waffe gleich nehmen sollen Mist Mal aufpassen Was du für einer spielst Ja Ja, ich habe den letzten Kill gemacht Es ist noch nicht vorbei Das hat aber nix gebracht Der wird nicht Der wird aber nicht gezeigt Weil Es wird immer nur der letzte Kill gezeigt Aus dem Winner-Team Bührenden Team Oder aus dem Gewinner-Team Ja, genau Habt ihr gesehen? Die letzten sich mit der Geschichte Halbzeit Verdammte Scheiße Alter, was ist jetzt hier los? Netzwerk-Probleme Ach, ey Heute ist schon wieder Wurm drin Ja, heute ist wieder so ein Tag Ich habe mal letzte Woche gespielt Ja, ist schlimm